Dann warte ich gerade noch mal, dass die ersten noch drin sind. Also ich bin, ich hatte heute einen Vortrag über Work-Life-Balance und Zeitmanagement für Freelancer und als erstes würde ich mal gerne wissen, wer ist denn hier schon Freelancer? Und wer hat vor Freelancer zu werden? Ich bin Maja Benke, ich bin WordPress Freelancer, ich habe eigentlich Landschaftsarchitektur studiert und habe da auch eine Weile als Freelancer gearbeitet, bin jetzt aber auf Webdesign umgestiegen seit ein paar Jahren und ich liebe das Reisen, das ist für mich einer der Hauptgründe, warum ich Webdesigner auch, also nicht nur geworden bin, aber warum ich auch Freelancer geworden bin, weil ich einfach mehr als die Hälfte des Jahres unterwegs bin und einfach reise und einen freien Lifestyle haben möchte. Mein Twitter-Namen ist WP1x1. Work-Life-Balance, was bedeutet das Ganze für mich? Für mich bedeutet das einfach, dass ich Arbeit, Privatleben und Sozialleben unter einem Hut bringen kann. Arbeit ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Faktor, wenn man Freelancer ist, wenn man einfach sehr viele Dinge abdecken muss. Es ist einfach sehr, sehr viel Zeit und Energie wird da in Anspruch genommen und deswegen ist es für mich umso wichtiger, dass ich ein starkes soziales Netzwerk habe, aber auch, dass ich Zeit für mich selber habe, die ich einfach mit Hobbys ausfüllen kann. In meinem Fall ist das zu euch belesen oder auch Sport, aber das kann auch jeder, also hat ja einfach andere Hobbys. Und es ist einfach total wichtig für mich, eine Balance zu finden zwischen Erholungsphase und Spannungsphasen, weil nur wenn man auch vernünftig erholt ist, kann man auch eine wirkliche Spannungsphase, wo man viel arbeiten muss, sehr produktiv sein muss, einfach durchstehen und produktiv arbeiten. Und man kommt auch wesentlich besser mit Stress zurecht, wenn man einfach ein ausgeglichenes Privatleben hat. Das Leben als Freelancer, wie ist das denn so? Also ich finde die Vorteile als Freelancer ist natürlich, man kann sich die Kunden und auch die Projekte selber aussuchen. Man kann arbeiten, wo, wie und wann man will. Das heißt, wenn man zum Beispiel eine Familie hat, kann man das vielleicht besser unter einen Hut bringen, zumindest wäre das vielleicht auch ein Ziel. Oder in meinem Fall, ich kann halt einfach reisen. Ich kann mein eigener Chef sein, ich kann einfach selber entscheiden, wie möchte ich arbeiten, auf welche Art und Weise möchte ich arbeiten und wie möchte ich auch mich geben einfach. Also ich habe es manchmal keine Lust, mich jeden Tag in eine Art Anzug zu schmeißen und ins Büro zu gehen, sondern ich möchte einfach so sein, wie ich bin. Und das finde ich einfach als Freelancer ist das auch etwas leichter. Und man hat auch einen finanziellen Spielraum nach oben, was man verdienen kann. Natürlich muss man da auch erstmal hinkommen. Man hat auch nicht wirklich eine finanzielle Beschränkung, wenn man selbstständig ist. Die Herausforderungen. Wie ihr seht, sind das ein paar mehr. Ich finde es persönlich als Freelancer schon schwer, Deadlines einzuhalten, weil man halt keinen Chef hat, der einen so ein bisschen mehr Pi sagt und wirklich darauf achtet, dass man die Deadlines einhaltet. Da muss man sich schon selber drum kümmern. Sehr, sehr viele Kundenaufträge zeitgleich können genauso ein Stressfaktor sein, genauso wie gar keine Kundenaufträge. Was teilweise sogar noch schlimmer ist, wenn ich nicht weiß, wann kriege ich mein nächstes Geld. Man muss sehr, sehr viele Bereiche abdecken. Dazu sind einfach nicht nur die eigenen fachlichen Bereiche, wo man sich fortbilden muss. Ich meine gerade im WordPress ist es einfach so, dass es sehr, sehr viele Neuerungen gibt. Man muss einfach immer up to date sein. Man muss immer was dazu lernen. Man muss sich aber auch noch um Sachen kümmern, wie einfach rechtliche Geschichten, um SEO, um Akquise, Buchhaltung. Es sind einfach sehr, sehr viele Dinge, die man da abdecken muss. Und man kann ja auch gar nicht als Know-how, als einen Mensch irgendwie wirklich alles perfekt abdecken können. Zudem ist auch, dass die Familie und der Freundeskreis natürlich auch aufmerksam und Zeit braucht. Weil die finden es nicht so schön, wenn man 80 Stunden die Woche arbeitet und vielleicht sogar noch mehr. Man hat Sorgen auch um die finanzielle Zukunft. Denn wenn man nicht weiß, wann das nächste Gehalt kommt, man muss vielleicht noch eine Familie durchbringen, kann das schon ganz schön stressig sein. Und vor allem finde ich auch ein Faktor, man hat keine Kollegen, mit denen man wirklich zusammenarbeiten kann, die man auch einfach fragen kann. Und man kann auch einfach so ein bisschen vereinsamen, manchmal, wenn man immer nur zu Hause arbeitet. Hm, das hört sich natürlich nicht so schön an. Wie kann man das Ganze beheben? Es gibt da verschiedene Strategien und Tools. Und für mich ist natürlich das Zeitmanagement einfach total wichtig. Und Zeitmanagement heißt nicht, dass ich in weniger Zeit mehr Arbeit erledige, sondern einfach nur, dass ich das Ganze effektiver plane. Dass ich einfach überlege, wie sitzen meine Deadlines, was kann ich tatsächlich schaffen. Also, dass ich auch vernünftig kalkuliere, wie lange brauche ich tatsächlich für eine Aufgabe. Ist das wirklich nur eine Stunde oder ist das vielleicht mehrere Stunden, wann auch viele Faktoren hinzukommen? Und dass man das einfach realistisch eintaktet in seinen Wochenplan und dass man sich auch wirklich Arbeitszeiten festlegt, wann man arbeitet. Dass man einfach sagt, ab 8 Uhr oder ab 9 Uhr fange ich an zu arbeiten, bis 17, 18 Uhr, vielleicht auch sogar länger. Aber dass man nicht sagt, ich arbeite bis in die Nacht hinein. Das kann man vielleicht mal machen, wenn man eine Deadline hat. Das kann man aber nicht monatelang durchziehen, weil dann kriegt man irgendwann Burnout. Also man ist einfach nicht so leistungsfähig und so belastbar, dass man ohne Erholungsphasen das Ganze durchziehen kann. Deswegen sollte man auch vor allem Feierabendwochen wirklich auch Pausen einhalten. Also wahrscheinlich kennt ihr das alle, dass man vorm PC einfach schnell das Mittagessen reinschlingt oder sich die ganze Zeit von Chips ernährt. Das mache ich regelmäßig. Ist aber eigentlich nicht wirklich sinnvoll, weil es auf lange Sicht einfach wirklich ungesund ist. Und man braucht einfach Pausen. Deswegen planen, Prioritäten setzen und ganz wichtig outsourcen. Wie ich vorhin auch schon gesagt habe, man muss euch auch Buchhaltung machen, rechtliche Dinge. Man kann das gar nicht alles als eine Person leisten. Und deswegen sucht euch auch schon in einem frühen Stadium Leute, die euch unterstützen. Jetzt könnte man natürlich sagen, als Freelancer, ich verdiene ja noch gar nicht viel. Wieso soll ich jetzt schon Geld ausgeben für jemanden, was ich selber kann, was ich vielleicht sogar besser kann? Aber nur weil ihr etwas besser könnt, heißt das nicht, dass ihr es auch tun solltet, weil ihr habt nun mal eine begrenzte Kapazität an Ressourcen und auch an Zeit. Und ein großer Vorteil ist, wenn ihr euch Leute von Anfang an mit ins Boot holt, ist, ihr seid einfach noch sehr klein, ihr habt vielleicht gerade erst angefangen oder sind auch schon etwas weiter und deswegen sind auch die Fehler, die dann auftreten, noch nicht so gravierend. Und wenn ihr zum Beispiel einfach mal krank werdet oder ihr habt gerade eine Spitze an Kundenaufträgen und ihr habt schon jemanden eingearbeitet, dann könnt ihr einfach jemanden sagen, so hey, ich habe gerade irgendwie echt Probleme, ich bin vielleicht gerade krank geworden, kannst du für mich übernehmen? Wenn ich mir erst darüber Gedanken mache, wenn ich schon krank bin, dann ist es eigentlich schon zu spät, weil ich kann in dieser Zeit niemanden einarbeiten. Genauso, wenn ich gerade einfach eine sehr hohe Arbeitsbelastung habe, dann kann ich nicht noch Zeit investieren, jemanden mit reinzuführen. Und vor allem kann ich viel lernen daraus. Also jemanden Sachen abzugeben und wenn da Probleme auftauchen, ist es in der Regel mein Problem, weil ich habe etwas nicht richtig kommuniziert. Und dadurch kann man einfach auch lernen, wie mache ich das Ganze, wie kann ich Dinge abgeben, wie muss ich Sachen kommunizieren, man kann sich einarbeiten. Ein großer Punkt ist natürlich auch Schiberitis und Ablenkungen. Angenommen, ich bin auf Facebook und muss zum Beispiel meine Social Media Kanäle pflegen und ich habe da ein Feed und sehe da gerade ein Video oder einen neuen Artikel, der vielleicht auch zu WordPress passt, ich denke, ja, das ist ja Arbeit, klicke ich mal drauf. Zwei Stunden später, ups, was wollte ich nochmal auf Facebook machen? Auch Ablenkungen sind einfach ein großes Problem, weil wenn ich im Büro sitze, habe ich halt schon jemanden, der darauf achtet, dass ich auch tatsächlich arbeite. Wenn ich das selber für mich mache, muss ich da selber drauf achten. Deswegen ist es auch wichtig, eine Selbstdisziplin einfach zu trainieren und wirklich zu entwickeln, dass man einfach wirklich produktiv arbeitet und nicht einfach nur vor dem Computer sitzt. Für mich hat das da sehr geholfen, Routinen zu entwickeln, vor allem Morgenroutinen. Also, dass ich einfach den Tag gut starte, dass ich den Tag vor allem auch früh starte. Und Routinen, also jeder hat Routinen und es gibt gute Routinen und es gibt halt auch schlechte Routinen. Man sollte sich einfach angewöhnen, eine gute Routine zu entwickeln, weil dadurch muss man auch nicht so viel Disziplin einfach aufwenden, weil eine Routine, das kommt einfach von alleine, man denkt gar nicht mehr drüber nach, genauso wie Zähneputzen, man denkt nicht mehr drüber nach, man putzt sie halt einfach. Und so ist es dann auch mit vielen anderen Aufgaben, die einem vielleicht schwerfallen. Wenn man Routinen hat, fällt es einfach viel leichter auch anzufangen. Wenn mal doch die Motivation nicht so da ist und die Disziplin auch nicht, sollte man sich einfach überlegen, warum mache ich das Ganze? Also, warum bin ich denn Freelancer geworden? Wenn da eine starke Motivation hinter steckt, wie z.B. bei mir, ich möchte halt frei sein und frei arbeiten, dann hilft das auch einfach durch stressige und durch schwierige Sachen durchzugehen und auch Herausforderungen einfach viel besser zu meistern. Ganz wichtig ist aber natürlich den Überblick zu behalten, weil wenn ich so viele Bereiche abdecken muss, muss ich das natürlich auch einfach irgendwie handeln können. Ich persönlich, ich mag Mindmaps, ich bin einfach ein sehr visueller Mensch und ich habe, also Mindmaps kennt ihr sicher alle, ich habe da einfach meine ganzen Bereiche aufgeschlüsselt, welche Projekte habe ich gerade, wo möchte ich vielleicht auch hin, wie ist das mit der Quise und so weiter und das breche ich einfach runter in kleine To-Dos, die ich versuche einfach wirklich in kleine Häppchen zu packen, die ich dann abarbeite und es hilft einfach auch, wenn man eine To-Do, also wenn man dann eine Aufgabe erledigen muss, die einem vielleicht nicht so zusagt, weiß man aber, warum man das Ganze macht. Also was ist der übergeordnete Sinn dieser Aufgabe? Tageshochnutzen ist sehr wichtig, weil ich bin lange kein Morgenmensch gewesen und habe dann eher so mittags angefangen zu arbeiten. Ich bin ja Freelancer, kann ich ja machen. Das Problem ist, dass manchmal dann doch unerwartete Dinge für Nachmittag oder für den Abend irgendwie reinkommen, wo man dann doch nicht fertig ist mit seiner To-Do-Liste und ich musste einfach feststellen, ich habe einfach mein Tageshoch am Vormittag, wie fast jeder Mensch. Also es gibt vielleicht Ausnahmen, aber man ist einfach wirklich am produktivsten am Vormittag und es gibt einfach auch ein sehr schönes Gefühl, wenn man einfach schon einen Großteil um Mittag erledigt hat, anstatt dass man mittags erst anfängt und denkt, es ist schon um 11 Uhr und ich habe eigentlich noch gar nichts geschafft. Bei all der Planung sollte man aber auch mit dem Flow gehen. Also ich habe zum Beispiel einzelne Tage, die ich einfach als Tag zum Beispiel für Akquise nutze. Also ich packe einfach Aufgaben auch wirklich zusammen, ich bündle Aufgaben. Zum Beispiel meine ganzen Finanzen, meine gesamten Buchhaltung mache ich an einem Tag im Monat. Wenn ich aber gerade an diesem Tag eher Lust habe auf Akquise, dann mache ich das auch. Also natürlich sollte man nicht alles immer aufschieben, so die Sachen, die einem nicht so zusagen. Aber wenn man gerade Lust auf eine bestimmte Aufgabe hat, dann sollte man das auch machen. Oder auch wenn man drei, vier Tage lang richtig produktiv war und dann steht man morgens auf und denkt so, ach, ich habe heute irgendwie so gar keine Lust, dann sollte man sich auch einfach mal einen Tag freinehmen und dafür dann aber auch wirklich arbeiten. Das haben wir Disziplin natürlich gefragt. Für mich ist wichtig, das Wichtigste des Tages zuerst zu machen. Vielleicht auch das Schwerste, was man als Aufgabe hat. Weil wenn man das erstmal hinter sich hat, dann fällt alles irgendwie leichter, als wenn man die ganze Zeit auf diese eine Aufgabe guckt und denkt, oh Gott, die muss ich noch machen. Entschuldigung. Und ich finde da den Begriff der goldene Nuss ganz schön. Das ist von Cordula Nussbaum. Die hat einen Podcast, der heißt Kreative Chaoten. Und die hat eine goldene Nuss als eine Aufgabe definiert, die einen selber für eine große Herausforderung stellt, vor die man auch Angst hat. Und sie hat das so gemacht, dass sie ein paar Mal im Monat einen Tag der goldene Nuss einfach definiert hat und an diesem Tag geht mal eine so eine Aufgabe an. Und das hilft mir persönlich auch einfach an solche Aufgaben mal ranzugehen. Okay, welche Tools benutze ich? Ich mag Todoist als To-Do-Liste einfach. Da sind meine gesamten To-Do-Listen für die nächsten Wochen teilweise auch drin. Da sind meine ganzen Projekte drin, wo ich das alles runterbreche. Aber für den Tag selber arbeite ich einfach mit einem Blatt Papier als To-Do-Liste. Das sind dann auch auf der einen Seite ist eine, also auf der linken Seite habe ich meine ganzen To-Do-Liste. Auf der linken Seite, auf der rechten Seite schreibe ich alle erledigten Aufgaben ab und das ist für mich einfach ein System, mit dem ich mit meiner Tages-To-Do-Liste sehr gut zu Recht komme. Wichtig als Freelancer ist auch sein Time, seine Zeit zu tracken. Also wie lange brauche ich denn tatsächlich für eine Aufgabe? Das hilft einfach auch, wenn man später seinen Kostenvoranschlag macht, um besser abzuschätzen, wie lange man für bestimmte Aufgaben tatsächlich dann gebraucht hat. Weil vielleicht denkt man, naja, ich brauche nur eine halbe Stunde, um WordPress zu installieren. Aber wenn man die ganzen Zugangsdaten nicht hat, dann muss man mit dem Kunden erstmal hin- und herschreiben. Erstmal fragen, kannst du mir die Daten geben? Dann kommt, ich weiß gar nicht, wo die sind. Und das kann auch schon mal drei, vier Stunden dauern, bis man alle Daten hat und WordPress tatsächlich installieren kann. Das sollte man einfach tracken, einfach mit aufschreiben und daraus einfach auch lernen. Und seine Kostenvoranschläge werden dadurch auch besser. Zur Buchhaltung benutze ich LexOffice. Und um mich davon abzuhalten, bei Facebook einfach wild herumzusurfen, gibt es ein Add-on für Google Chrome, glaube ich nur, oder vielleicht auch Mozilla. Der heißt Facebook Feed Eraser und damit kann ich einfach den Feed komplett ausschalten. Das heißt, wenn ich meine Social Media Kanäle pflegen muss, dann habe ich nicht diesen ganzen Feed und verliere mich da einfach nicht. Und als Projektmanagement-Tool mag ich persönlich am liebsten Trello. Das Ganze sieht so aus, dass ich am Anfang auf dieser Seite habe ich einfach alle Informationen drin, die relevant sind. Einfach Kontaktdaten, der zeitliche Ablauf, Dokumente, Designvorgaben, einfach alles, was man mit einem Kunden besprochen hat. Eine Tabelle weiter, eine To-Do-Liste. Das sind einfach alle Aufgaben, die abgearbeitet werden müssen. Also zum Beispiel in der Karte Plugins. Wo ist es? Da. Kann ich zum Beispiel eine Checkliste einfach reinschreiben und überlegen, welche Plugins wollte ich dann da eigentlich installieren. Und die kann man dann auch nach und nach abhaken und immer eine Spalte weiterschieben. Also zum Beispiel dann bei Doing schieben, wenn man das gerade macht und dann bei Done. Und ich lade auch immer meine Kunden mit ein in dieses Board. Das heißt, sie können auch sehen, woran arbeite ich gerade. Und man hat einfach alle Informationen an einem Ort, was ich persönlich einfach viel praktischer finde, um so ein Projekt wirklich auch zu managen. Dann die große Frage, Homeoffice oder Coworking Space? Ich arbeite in beiden. Und beim Homeoffice ist natürlich der Vorteil die kurze Anfahrtzeit. In der Regel ist es einfach nur, ich stehe vom Bett auf und setze mich an meinen Schreibtisch. Und ich habe auch meistens Ruhe bei der Arbeit, wenn niemand zu Hause ist. Ein Nachteil ist, dass Familie und Mitbewohner manchmal kein Verständnis dafür haben, dass man gerade arbeitet, dass man gerade auch wirklich wie im Büro sitzt. Sondern die kommen rein, ja kannst du das mal gerade eben machen, kannst du da mal hin, kannst du mal gerade Wäsche waschen. Da muss man einfach wirklich auch ein Verständnis schaffen. Trennung zwischen Privat und Arbeit ist ebenfalls ein Problem, weil man halt einfach dort lebt und arbeitet auf einem Raum. Und auch die Ablenkungen sind viel größer zu Hause. Wenn man sich dazu entschließt, im Homeoffice zu arbeiten, sollte man, was man sowieso immer machen sollte, seine Arbeitszeit und seine private Zeit wirklich definieren. Wann ist meine Arbeitszeit? Wann ist meine private Zeit? Man sollte sich auch mit der Familie absprechen. Was kann man von mir in dieser Zeit erwarten? Kann ich mal eben die Waschmaschine anschmeißen oder kann ich das nicht? Und diese Absprachen sind wirklich sehr wichtig. Und da muss man auch manchmal mehrere Gespräche führen, bis Sachen auch eingehalten werden. Und ich sollte einen richtigen Arbeitsplatz haben, einen richtigen Schreibtisch, der auch wirklich nur dafür genutzt wird. Und da wird auch im nächsten Talk darauf eingegangen, wie man auch richtig sitzt, was ebenfalls sehr wichtig ist. Coworking Space. Die Vorteile sind natürlich die Trennung von Arbeit und Privat. Funktioniert viel besser, wenn ich zum Beispiel gerade einen stressigen Arbeitstag hatte und ich fahre nach Hause, dann habe ich einfach durch diese Distanz einfach eine Trennung und ich kann einfach mal runterkommen, als wenn ich das gerade zu Hause erlebe und dann einfach direkt in meine private Zeit starte. Und was für mich sehr, sehr wichtig ist, dass ich einen Austausch mit anderen Freelancern habe, dass ich einfach nicht vereinsame, dass ich Leute um mich herum habe, die etwas Ähnliches machen oder auch etwas Gleiches machen, wo man sehr, sehr stark voneinander auch lernen kann, wo Kooperationen auch starten können. Und deswegen ist für mich auch Arbeit im Coworking Space sehr wertvoll. Die Nachteile sind natürlich eine Anfahrtszeit, je nachdem, wie weit das Ganze weg ist. Es kostet etwas mehr und es ist manchmal auch etwas unruhig, wenn man mehrere Leute in einem Großraumbüro hat. Worauf man achten sollte, wenn man sich ein Coworking Space aussucht, ist zum einen der Wohlfühlfaktor. Also fühle ich mich da einfach wohl? Kann ich da überhaupt produktiv arbeiten? Wie sind auch meine Coworker? Also finde ich die angenehm? Machen die auch vielleicht etwas Ähnliches? Und auch wichtig ist natürlich die Geräuschkulisse. Zum Beispiel, wie wird das Ganze gehandhabt mit dem Telefonieren? Kann ich in meinem Platz bleiben und telefonieren? Weil wenn das der Fall ist, kann es sehr laut und sehr unruhig werden. Oder muss ich vielleicht auch den Raum verlassen oder mich in eine Telefonzelle zum Beispiel begeben? Wie ist auch die Internetverbindung? Also ist sie schnell genug, um zum Beispiel auch Webseiten zu transferieren und so weiter? Kann ich mich dort auch mit Kunden treffen? Haben die dort einfach einen entsprechenden Raum dafür? Und wie kann ich auch, also wie sind die Öffnungszeiten? Bekomme ich einen Key oder einen Schlüssel? Oder haben sie feste Öffnungszeiten, wo ich auch nur arbeiten kann? Die Lage ist natürlich wichtig. Also wie weit ist das von zu Hause entfernt? Und für mich auch wichtig, gibt es da Cafés und Restaurants in der Nähe, wo ich mittags einfach hingehen kann, um was zu essen? Und man kann oft ein Probearbeiten vereinbaren. Das ist ein Daily Pass oder auch ein Weekly Pass, wo man das einfach mal testen kann. Kann ich da tatsächlich gut arbeiten? Und das sollte man immer machen, bevor man ein monatliches Abonnement abschließt. Dann ein sehr, sehr wichtiger Faktor, arbeiten mit dem Kunden. Für mich ist es sehr, sehr wichtig, dass man auf Augenhöhe zusammenarbeitet. Es ist nicht so, dass ich einfach nur angeheuert werde und bezahlt werde, um etwas zu machen, sondern für mich ist das eine gleichberechtigte Zusammenarbeit. Und Kommunikation ist super wichtig. Also wenn ich ein Problem habe oder wenn man bestimmte Dinge besprechen muss, man sollte Sachen immer kommunizieren, immer miteinander reden. Man sollte vor allem auch den Erwartungshorizont abstecken. Also was kann der Kunde von mir erwarten? Weil gerade, ich arbeite vor allem mit Selbstständigen zusammen, die sich gerade selbstständig machen, und die haben noch nicht viel Erfahrung, mit anderen Freelancern zusammenzuarbeiten. Und manchmal ist da der Erwartungshorizont ein komplett anderer. Also ich bedenke, dass ich Texte schreibe, dass ich Fotos aussuche, dass ich SEO mache. Das mache ich aber als Webdesigner gar nicht. Und das muss ich auch wirklich kommunizieren, damit es zum Ende hin nicht zu Problemen kommt. Man sollte aber auch kommunizieren, was erwarte ich vom Kunden? Also was muss der Kunde leisten? Er muss genauso Deadlines anhalten. Ich brauche Entscheidungen über das Design, über die Schriftart und so weiter. Und dass ich da einfach auch sage, das musst du halt auch leisten. Man sollte vor allem auch kommunizieren, wie bin ich erreichbar? Man sollte dafür zwei getrennte Telefonnummern haben, eine private und eine geschäftliche. Und einfach sagen, okay, ich bin lieber über E-Mail erreichbar, lieber über Telefon. Und wie sind auch die Zeiten, wie ich erreichbar bin? Also möchte ich zum Beispiel Freitagabend um neun angerufen werden? Eher nicht. Das sollte ich einfach auch am Anfang kommunizieren, wenn man einen Kunden hat, der zu solchen Zeiten anruft, dann auch wirklich sagen, ich bin gerade im Feierabend. Am besten ist aber einfach die geschäftliche Nummer auszustellen, dann passiert einem das auch gar nicht. Man sollte sich einen Workflow erarbeiten. Das kommt mit der Zeit einfach. Aber das verhindert, dass man Sachen vergisst. Also dass man einfach auch Sachen gut kommunizieren kann. Solche, man trifft sich zuerst für ein Gespräch zum Beispiel, bespricht das Konzept, vielleicht schon grobe Designvorstellungen, was einfach da ist und geht dann einfach Schritt für Schritt weiter. Und wenn man da einen Workflow für sich findet, hilft das einfach auch, Sachen nicht zu vergessen. Man sollte immer aus Fehlern lernen, weil man macht einfach Fehler, was auch nicht schlimm ist. Dann sollte man das aber einfach sagen, dass man Fehler gemacht hat und daraus lernen und besser werden. So kann man auch seinen Idealkunden im Prinzip erstellen. Zum Beispiel einfach, mit welchem Typ Menschen möchte ich arbeiten, in welcher Branche möchte ich arbeiten, mit welcher Größe an Unternehmen möchte ich arbeiten, wo fühle ich mich wohl, wo passt es vielleicht auch einfach menschlich gut. Und man sollte auch manchmal Kunden ablehnen. Also wenn man merkt, okay, das passt menschlich einfach nicht oder ich habe das Gefühl, zum Beispiel das übersteigt vielleicht auch meine eigenen Grenzen oder meine eigenen Kompetenzen, was ich leisten kann, sollte man einfach auch mal den Mut haben, Nein zum Kunden zu sagen, selbst wenn man einen Auftrag sehr stark brauchen könnte, weil ein sehr, sehr schwieriger Kunde oder wo man einfach nicht auf einen Nenner gut kommt, kann manchmal sehr, sehr viele Arbeit und sehr, sehr viele Probleme bereiten, als wenn man einfach mal Nein gesagt hätte und dadurch auch mehr Kapazität hätte für einen Kunden, der vielleicht danach kommt. Man sollte für sich selber einen guten Preis definieren, also was braucht man tatsächlich zum Überleben. Das ist nicht wie bei Angestellten, weil man hat einfach ganz andere Kosten, eine ganz andere Ausgangssituation als Freelancer. Man sollte bei diesem Preis auch bleiben. Also ich persönlich mache keine Freundschaftspreise, wenn ich zum Beispiel eine Organisation oder ein Projekt finde, was ich wirklich gut finde, wo ich auch dahinter stehe und sage, hey, ich würde es eigentlich gerne für euch machen und ich weiß, ihr habt kein Geld dafür, dann mache ich das lieber ehrenamtlich, als dass ich einen Freundschaftspreis nehme. Ich war früher auch sehr lange im Deutschen Rundenkreuz, acht Jahre einfach als Ehrenamt tätig und ich finde, das kann man auch als Freelancer einfach machen und als Webdesigner sich einfach mit diesem Know-how dann einzubringen. Und man kann vielleicht sagen, nee, kann man eigentlich nicht. Nee, aber ich würde es dann einfach, also nicht als Freundschaftspreis machen. Genau, was man sagen könnte, ist, dass man, das und das hätte es eigentlich gekostet, aber ich würde da nicht runtergehen im Preis, weil wo zieht man da die Grenze? Also wenn dann irgendwie ein Kumpel kommt, ja, hey, Buddy, ich kenne dich, machst du mir einen guten Preis? Also wo zieht man dann die Grenze? Bei wem gibt man einen Freundschaftspreis und bei wem nicht? Und ganz wichtig für mich ist einfach man selbst bleiben. Also jeder ist halt anders, einfach in der Art, wie man arbeitet, wie man auch kommuniziert, wie man als Person ist. Und wenn man einfach so bleibt, wie man ist, dann findet man auch die richtigen Kunden, die einen auch genauso haben wollen. Also es gibt einfach unterschiedlichen Typen von Menschen und für mich ist da die Akquise dadurch auch viel leichter einfach. Umgang mit Stress ist natürlich ein großer Faktor, weil als Freelancer hat man nun mal auch Stress, vor allem was die finanzielle Unsicherheit angeht. Und für mich ist Sport einfach ein total wichtiger Ausgleich, um einfach eine Balance zu schaffen, um vielleicht auch mal aggressionlos zu werden, aber einfach auch, wenn man den ganzen Tag vorm Computer sitzt, einfach auch sich mal zu bewegen. Aber auch jede Art von Hobby ist einfach auch ein Ausgleich, dass ich einfach noch ein anderes Feld habe, als einfach nur meinen Job, in dem ich mich vielleicht auch hervortun kann, in dem ich mich verbessern kann, in dem ich auch Ziele haben kann. Wichtig für mich sind Gleichgesinnte, weil man kommt einfach manchmal an Situationen, die vielleicht schwierig sind, wo man nicht weiß, wie man sie lösen soll. Und ich persönlich kann mit meiner Familie, ich bin nicht wirklich darüber reden, weil sie sind halt keine Webdesigner. Und das ist für mich total wichtig, Kollegen einfach zu haben, die man einfach fragen kann, wie würdest du das Ganze lösen? Ein finanzielles Puffer ist natürlich auch sehr beruhigend, wenn ich einfach weiß, ich kann einfach ein paar Monate auch ohne Auftrag auskommen, dann ist man auch in einer viel besseren Situation, mit Kunden auch auf Augenhöhe wirklich entgegenzutreten, als wenn man, ich weiß nicht, wie ich meine Miete nächsten Monat bezahlen soll, und man einfach jeden Auftrag braucht. Für mich ist es ganz gut, wenn ich wenige Verbindlichkeiten habe, die ich einfach bezahlen muss, weil ich weiß, ich muss im Monat nicht so wahnsinnig viel erwirtschaften, ich komme auch mit einem kleinen Geld noch aus, als wenn ich jetzt ein Haus oder ein Auto abbezahlen müsste. Und das ist gerade für den Einstieg einfach auch eine große Erleichterung. Und deswegen sollte man sich auch überlegen, welches Abo zum Beispiel schließe ich ab? Brauche ich das tatsächlich? Also ich finde, es ist gut, in Tools und in Werkzeuge zu investieren. Man sollte sich aber auch überlegen, brauche ich das tatsächlich? Eine positive Lebenseinstellung ist natürlich immer gut. Wenn ich einfach etwas Zuversicht habe ins Leben, kann ich auch mit Stress viel besser umgehen. Und da hilft mir manchmal einfach ein Worst-Case-Zinn, das Szenario durchzuspielen. Also was wäre dann das Schlimmste, was mir als Freelancer passieren kann? Für mich ist es einfach, ich habe kein Geld mehr, ich weiß nicht, wie ich meine Biete bezahlen kann. Was würde ich dann machen? Ja gut, ich würde nach Kunden suchen, wenn das nicht klappt, ja, dann würde ich halt Kellnern gehen. Wäre zwar kein Traum, aber es wäre für mich jetzt auch kein Weltuntergang. Und damit kann ich einfach viel besser schlafen, weil ich weiß, das Worst-Case-Szenario ist eigentlich gar nicht so Worst-Case. Man kann das schon überleben und dann kann man ja auch nach ein paar Wochen, Monaten auch wieder zurück ins Business, wenn man dann neuen Kunden hat. Man sollte sich selber nicht sein gesamtes Honorar auszahlen. Ich persönlich versuche es bei 50% zu lassen, so einen festen Betrag im Monat zu haben, mit dem ich einfach persönlich auch rechnen kann, wie viel habe ich denn im Monat zur Verfügung. Und den Rest investiere ich zum Beispiel, um Leute zu bezahlen, um Sachen outzusourcen oder auch um einfach in Werkzeuge, in Tools und so weiter zu investieren. und vor allem wichtig, einen Puffer einfach auch aufzubauen. Ich finde es gut, wenn man mehrere Standbeine hat. Also man sollte sich nicht von einem Großkunden abhängig machen, weil wenn der abspringt, dann steht man praktisch mit Null da. Wenn man aber einfach mehrere Kunden hat und vielleicht auch mehrere Bereiche, in denen man aktiv ist, hat man einfach einen Ausgleich und wenn eine Säule wegbricht, hat man genug Zeit, sich etwas Neues auch noch aufzubauen. Soziales Netz und Unterstützung finde ich extrem wichtig, vor allem für die mentale Gesundheit, dass man auch einfach abschalten kann, dass man auch mal Spaß haben kann, dass man einfach eine schöne Zeit mit seinen Freunden und lieben Menschen verbringen kann. Das sollte man wirklich nicht unterschätzen, vor allem, wenn man vom Computer die ganze Zeit arbeitet, wo man ja eher wenig Kontakt auch zu anderen Menschen hat. Und auch wenn ich mal eine wirklich stressige Zeit habe, sollte man sich mal überlegen, stimmen denn die Erwartungen mit der Realität überein? Also warum bin ich denn Freelancer geworden? Was war meine Intention dahinter? Für mich ist es so, ich wollte reisen, das kann ich als Freelancer und das hilft mir einfach auch, bestimmte stressige Situationen und Herausforderungen gut zu überstehen, weil ich weiß, wofür mache ich denn das Ganze? Wenn man das Gefühl hat, das passt vielleicht nicht überein, man hatte vielleicht ganz andere Erwartungen, sollte man sich natürlich auch fragen, ist es dann überhaupt wirklich das Richtige für mich? Bei mir überantworte ich das jedes Mal mit Ja und dann denkst du, ich bleibe halt dabei, selbst wenn es eine Herausforderung ist. Als Zusammenfassung oder als Fazit, vielleicht die wichtigsten Punkte nochmal, ist einfach Trennung von Arbeit und Freizeit, was das Finanzielle angeht, zum Beispiel auch Bankkonten, was das Telefon angeht, was die Arbeitszeiten angeht, was auch den Arbeitsplatz angeht. Routine und Workflows helfen einfach extrem produktiv zu arbeiten. Ich sollte einen guten Arbeitsplatz haben, wo ich mich gut konzentrieren kann und auch das große Bild im Blick behalten. Also wofür mache ich das Ganze? Welche Bereiche muss ich auch abdecken? Und dadurch auch sein To-Do-Listen auch pflegen. Also egal, welches Tool ich benutze, ich sollte das Ganze pflegen. Und ein starkes soziales Netzwerk hilft einfach auch wirklich durch schwere Zeiten manchmal hindurch. Die Bildquellen sind hier nochmal aufgezeigt und die Folien werde ich auf meinen Blog veröffentlichen. Und danke für eure Aufmerksamkeit. Okay, da noch Fragen? Ja, Fragen von eurer Seite aus? Okay, da war oben die erste Handhebung. Also erstmal danke. Ich lese extrem viel darüber, weil es mich einfach interessiert und weil ich auch gerade am Anfang meiner Selbstständigkeit ein ganz großes Problem damit hatte, mich selber zu strukturieren. Also ich glaube, so ein Jahr lang habe ich einfach nur versucht heraus, also ich habe wirklich versucht zu arbeiten und ich habe einfach gemerkt, ich muss erstmal herausfinden, wie ich gut arbeiten kann. Weil wenn man keine äußere Struktur hat, so gar nicht, was man vorher, zum Beispiel das Studium und Job hatte, muss man sich selber organisieren. Und gerade Disziplin und um das zu lernen, war einfach ein sehr, sehr langer Lernensweg und teilweise auch Leidensweg. Und ich lese halt unglaublich viel. Also ich mag solche Feedly, um einfach vielen Blogs zu folgen. Get Pocket ist auch ein Tool, wenn ich Artikel gerade finde und ich habe gerade keine Zeit, sie zu lesen, dann speichere ich sie einfach. Und ich bin ein riesiger Fan von Blinkist. Das ist eine Plattform, wo man Zusammenfassungen in zehn Minuten von Büchern lesen kann, wo einfach die Essenz dieses Buchs drin ist. Und ich versuche, pro Tag ein Buch zu lesen. Und dadurch lernt man natürlich auch unglaublich viel. Und da lese ich viel über Aufschieberitis, Motivation, Disziplin, Produktivität und so weiter. Also das ist für mich ein großes Thema, wo ich auch immer schauen muss, produktiv zu arbeiten heißt nicht nur über Produktivität zu lesen. Also man sollte dann auch wirklich was machen. Ja, aber das ist schon, also ich finde es sehr wichtig, dass man da einfach auch seinen eigenen Weg findet. Wie bin ich selber produktiv? Weil das ist für jeden auch etwas anderes. Nein, nein, um Gottes Willen. Also das sollte man, also ich arbeite eher 40 Stunden die Woche. Mal ist es mehr, mal ist es auch weniger. Ich reise halt auch viel, das heißt, ich muss da drumherum auch das ein bisschen planen. Ich habe aber mal einen Beruf gehabt, wo ich 80 Stunden die Woche gearbeitet habe für sechs Monate, wo ich dann kurz vor einem Burnout stand. Also ich habe das mal erlebt und das ist kein Zuckerschlecken und würde ich auch niemandem empfehlen. Und deswegen ist auch Zeitmanagement für mich extrem wichtig als Freelancer, dass ich nicht 80 Stunden die Woche... Also Urlaub mache ich fast gar nicht. Also Urlaub ist nur ein Festival im Jahr, wo ich mal drei, vier Tage lang offline bin. Also ich versuche länger in einem Ort zu sein. Das ist zwischen zwei, drei Wochen und vier, fünf Monaten. Je nachdem, wie mir ein Ort gefällt. Ich weiß, ich bin gerade drei Wochen in Las Palmas gewesen. Ich habe da halt einfach gewohnt, habe mir einen Coworking-Space gesucht, habe da gearbeitet und bin am Strand und habe halt einen halben Tag gearbeitet, einen halben Tag am Strand. Manchmal abends noch ins Büro, um noch ein bisschen zu arbeiten, aber einfach einen guten Ausgleich zu finden zwischen Freizeit und Arbeit. Und ich arbeite halt auch viel am Flughafen, im Flug, im Bus. Da schaue ich halt immer, welche Aufgaben kann ich offline machen? Versuche das auch mir ein bisschen aufzuheben, dass ich das nicht vorher die Tage schon abarbeite und plane einfach so ein bisschen drumherum oder mache das dann auch als freien Tag und dann muss ich halt mehr arbeiten. Aber es sind eher vier, fünf Tage die Woche, wo ich arbeite. Okay. Ich zeige es euch einfach mal. Also das Ganze sieht so aus. Ich habe hier meine Projekte einfach. Also das hier ist mein Blog. Das ist als Webdesigner, mein Freelancer-Dasein. Und dann habe ich hier noch einfach andere Punkte. Und hier oben habe ich einen Eingang. Das heißt, ich kann hier einfach meine To-Do-Listen, also meine Aufgaben reinpacken, kann das Ganze mit Tags versehen. Soll ich bei Airport ist ein Tag, wo ich sage, das kann ich offline machen. Das Ganze kann ich mit einem Deadline versehen. Also ich kann hier zum Beispiel einfach reinschreiben, das Ganze ist heute fällig. Ich kann auch sagen, jeden Montag. Und das versteht es auch. Das heißt, es ist dann einfach jeden Montag. Und ich kann das Ganze auch filtern. Also ich kann es euch besagen. Also ich kann auch Prioritäten vergeben. Und das Ganze mit Etiketten einfach durchtakten. Und ich versuche immer, einen Tag zu haben, an dem ich solche Marketing mache. Einen Organisationstag, wo ich Buchhaltung mache und alles, was mit Organisation zu tun hat. Einen Content-Tag, wo ich Beiträge schreibe, meinen Online-Kurs schreibe und so weiter. Einen SEO-Tag, wo ich mich einfach um all meine Webseiten kümmere, um SEO zu machen. Und da versuche ich auch gerade so ein bisschen den guten Rhythmus zu finden. Also zum Beispiel SEO-Tag ist einmal im Monat einfach dran mit meinen Webseiten. Ja, so sieht das Ganze aus. Und das übertrage ich dann immer auf meine Tages-To-Do-Liste und hacke die dann einfach ab. Ja, ich habe mich das auch gefragt, weil aus der Landschaftsarchitektur bin ich ja zu Riesenscreens gewohnt. Auch richtig mit Pads arbeiten und so was. Ich habe da auch lange überlegt, ich wollte mir eigentlich eher einen 15-Zoller kaufen, was ja auch noch klein wäre oder irgendwie ein extra Screen oder so. Also bis jetzt funktioniert das super. Also die ersten Entwürfe mache ich sowieso auf Papier und Stift. Das ist noch so aus meiner Landschaftsarchitekturzeit, wo man die ersten Entwürfe immer mit Papier und Stift macht. Und es geht erstaunlich gut. Also man kann ja über viele Tools sich einfach anschauen, wie sieht das auf großen Screens auch aus. Also ich fahre ganz gut damit eigentlich. Also ich habe auf Reisen auch Leute kennengelernt, die wirklich Grafiker waren. Die haben sich da noch so ein portables Monitor einfach noch dazu geholt. Das ist so ein ganz flaches, wie so ein iPad oder so, aber halt relativ groß und haben das dann einfach connected. Und es war auch ziemlich leicht. Das war von, ich weiß gar nicht mal von welcher Firma das war. Klar ist schöner, aber das sind dann halt die Herausforderungen, wenn man dann reisen möchte. Aber es geht ganz gut. Also ich habe bis jetzt keine Probleme damit. Man gewöhnt sich halt einfach drin. Das heißt, wenn du unterwegs bist, dann sind die Homebanks. Ja. Das heißt, die sind mal da und die Anmelder anmelden. Noch ein Tipp, oder wo ich mir auch wieder rausziehe, also das ist ziemlich ähnlich, das sind deine Erfahrungen, die du hast. Das sind die Hörbücher. Ich habe so ein Audible-Abo, und ich bin auch viel unterwegs. Da kann man es neben der anderen. Da muss ich leider auch manchmal die Zeit nehmen, was dann da empfohlen wird, wirklich zu machen. Also die Du's eben, um das Ding zu ändern, das dann auch durchzuziehen. Aber da gibt es echt gute Hörbücher zwischen Günter Paltin oder Stefan Mehrheit. Der Weg zum Unternehmer oder erfolgreichen Unternehmer, wo dann auch viele solche Sachen, die du angesprochen hast, wie Burnout oder kurz vor Burnout, wie man damit umgeht, wie man eben nicht die Finanzen ab und auf und schreibt, die Schatten, z.a. und jeden Fehler selber machen muss. Ja, also ich finde Hörbücher auch super. Bei mir habe ich halt festgestellt, gerade wenn es mir ein wichtiges Thema ist. Ich lese oft auch dann, also wenn ich ein komplettes Buch darüber lese, drei, vier Seiten, mache mir mal Notizen, muss darüber nachdenken, das irgendwie erst mal integrieren und dann weiterlesen. Aber ich höre zum Beispiel am liebsten die Vier-Stunden-Woche auch. Genau, was ich halt, also damit hat das, genau, also damit hat das bei mir halt angefangen. Da war ich noch im Studium, als ich das gelesen habe. Und wenn ich das Buch habe, ich halt einmal schon durch und das höre ich dann auch einfach als Hörbuch ganz oft zur Auffrischung. Und dann kann man immer was Neues rausziehen, weil man kommt immer einen Schritt weiter und dann werden Sachen relevant. Also Outsourcen war für mich am Anfang wenig relevant, weil ich dachte, ach, ich will nicht so viel Geld dafür ausgeben. Ich mache das jetzt auch erst seit einem halben Jahr, aber ich hätte gedacht, ich hätte das viel früher machen sollen. Also, ja. Wenn jemand wie arbeitet? Wenn jemand Teilzeit arbeitet? Ja. Und dann auch nebenbei sowas als selbstständiger macht. Würdest du sagen, das ist ein sinnvoller Weg oder würdest du sagen, eher finanziell lieber nur selbstständig oder lieber nur was zu sagen? Ich finde, das ist ein perfekter Weg. Also ich bin, also ich habe als Reiseblogger bin ich zu WordPress gekommen und ich habe in der Zeit Halbzeit in einem Café gearbeitet, erst in Barcelona, dann in England. Und ich fand das eigentlich ein super Weg, weil man hat einfach eine Struktur, man hat drei, vier Tage, wo man einfach arbeiten muss, man hat ein Einkommen, auch wenn es nicht hoch ist und kann einfach sagen, okay, die Tage, wo ich dann nicht, also wo ich dann frei habe, nehme ich mir zwei, drei Tage raus und arbeite daran an meinem Business und einen Tag habe ich dann frei. Also ich finde, das ist ein viel sanfterer Übergang. Man kann, also es ist viel mehr Spielraum zum Lernen und als Wettdesigner habe ich dann aber tatsächlich gestartet, ohne ein weiteres Business, wo man einfach den Druck hatte, ich muss einfach wirklich mir überlegen, wie arbeite ich wirklich produktiv und da war dann so ein bisschen die Zeit des Lernens auch vorbei und dann ging es halt wirklich zur Sache. Aber ich finde es ein richtig guter Übergang eigentlich, jetzt auf diese Weise zu lösen. Ja. 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 Ja, also was mir jetzt hilft, einfach keine Kopfarbeit machen als Nebenjob. Also ich habe halt gekellnert, da arbeitest du nicht viel mit dem Kopf, da hast du halt eher mit Leuten in Kontakt und du musst halt nicht viel, also man muss rechnen und so, aber es ist nicht so anspruchsvoll. Und dadurch war einfach genug Energie da, um mich dann auf harte Sachen zu konzentrieren, wie WordPress erlernen. Das war für mich nicht so einfach am Anfang. Ja. Okay. Okay. Vielen Dank. Kannst du es nochmal wiederholen? Ach, To-Do ist... Ich kann das nochmal... Blinkist. Also Trello habe ich die kostenlose Variante. Es gibt eine Premium-Variante, aber für mich reicht die kostenlose Variante. Man kann halt keine schönen Screenshots daher, also irgendwelche Bilder hochladen, also jetzt Hintergrund oder so, aber ist egal, funktioniert trotzdem. Lex Office kostet ein bisschen was. Ich weiß gerade nicht, wie viel, aber ich finde gerade Buchhaltung und Steuern sollte man was investieren. Also da ist mein Workflow so, dass ich jede E-Mail, die ich mit einer Rechnung bekomme, in ein E-Mail-Postfach packe, was für Rechnungen vorhanden ist. Das packe ich einmal im Monat, wenn ich meine Buchhaltung mache, in die Dropbox. Und dann habe ich jemanden, wo ich das outsource, die das dann in Lex Office einpflegt und das kann ich dann am Ende des Jahres einfach exportieren, an meinen Steuerberater schicken und der kann dann meine Steuerberatung machen. Also ich finde halt Lex Office hat sich in meinem Fall schon gelohnt und da habe ich auch lange überlegt, aber finde ich gut. Ich habe auch andere vorher ein bisschen getestet, aber mit Lex Office bin ich halt am besten gefahren. Also ich finde halt, wenn ich kurz was noch sage, zu den Tools, man sollte sich halt am Anfang, also ich habe mir halt auch Papierkram so angeschaut. Da habe ich halt für mich auch langfristiger gedacht, weil ein Tool zu wechseln ist halt eher schwierig. Also ich würde mir einfach ein Tool aussuchen, mit dem man auch langfristig glücklich wäre. Aber es gibt halt viele, ja. Also bei mir war es halt so, ich habe halt jemanden gefunden, der die Buchhaltung machen würde, habe sie gefragt, mit was arbeitest du? Ich habe mir das angeschaut, dachte so passt, wenn sie das schon kennt, nehme ich das halt. So war das bei mir. Ja. Ja. Vielen Dank. Vielen Dank. Also auch zur Buchhaltung, also ich bin jemand, ich gebe nicht so wahnsinnig Geld für Abos aus und so, weil man einfach, also ich will es einfach klein halten, was ich für Verbindlichkeiten habe. Und ich habe ungefähr, ich weiß nicht, ich glaube so ein, zwei Jahre mich nicht so richtig dran gemacht. Ich habe immer geguckt, wie muss ich Rechnung schreiben, das kannte ich auch schon als Freelancer vorher. Aber das ist wirklich ein super wichtiger Punkt, den man nicht vernachlässigen sollte. Man sollte das am besten einmal im Monat machen, weil da muss man nicht am Ende des Jahres alles zusammen machen. Einfach in kleine Häppchen und einfach einmal im Monat, da sind Sachen auch noch frisch. Was habe ich denn ausgegeben, welche Reisen habe ich vielleicht auch gemacht, was ich da absetzen kann. Buchhaltung unterschätzt das echt nicht, weil ihr müsst, nach zehn Jahren gibt es manchmal eine Steuerprüfung und dann müsst ihr das alles nachweisen. Ihr müsst alle Belege aufheben, mindestens zehn Jahre, ihr müsst das nachweisen. Und wenn ihr da keine richtige Dokumentation habt, unterschätzt das nicht. Das kann einen richtig das Genick brechen. Holt euch da professionelle Hilfe rein, lasst euch das erklären, wie müsst ihr das machen. Habt dann einfach einen Workflow und gebt das ab. Danke. 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 Vielen Dank.